Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu dieser kleinen Ankündigung und zwar wird es jetzt bei mir einen Stream-Marathon geben. Der ganze geht jeden Tag, also diese Woche jetzt von Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr mit einer Stunde Mittagspause wie ein ganz normaler Arbeitstag, das sind 8 Stunden und da wird heftig gelivestreamt. Guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Es wird jeden Tag ein Ankündigungsvideo auf meinem Kanal geben dass der Livestream nun online ist, aber ich möchte euch hier auch nochmal informieren dass es eben soweit ist und die Livestream-Woche startet. Ich weiß noch nicht genau wann das Video jetzt online kommen wird ob es morgen online kommen wird, bevor der Stream startet oder noch heute ich weiß es nicht, ich weiß es nicht und gerade stehe ich noch mein neues Video und dann sehen wir uns morgen beim Stream. Ich freue mich wenn jemand von euch dabei ist, macht's gut und ciao.